Musik Karl Krauss Krieg Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird. Hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Karl Krauss Krieg Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018